Hallo und herzlich willkommen zu Vivo Terra Kitchen, hier und jetzt. Heute zeige ich euch, wie ihr einen gesunden und veganen Nudelsalat zubereitet. Zunächst bereite ich dazu eine vegane Mayonnaise zu. Dazu benötige ich 400g Kokosjoghurt, 30g Apfelessig, 30g Rapsöl, 1 Teelöffel Kräutersalz, 1 Esslöffel Senf und frische Kräuter. Dann rühre ich alle Zutaten gut um. Als nächstes gebe ich 250g gekochte Reisnudeln in eine Schüssel und füge folgende Zutaten hinzu. Essiggurken, 1 Zwiebel, 150g Erbsen, Paprika und Mais. Zum Schluss gebe ich die vegane Mayo darüber und vermenge alle Zutaten zu einem Salat. Und so schnell ist der gesunde und vegane Nudelsalat zubereitet. Viel Freude beim Ausprobieren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer über die neuesten Inhalte informiert seid. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten, hier und jetzt. Bis zum nächsten Mal.